Das ist echt großartig. Der sieht schon aus. Nein, der hat keinen Fall. Nein, der sieht schon aus. Aber guck mal, ich hoffe, wie der Kalt sieht. Und dann der da. Und dann die Form. Es gibt auch einen Kalt-Sitz-Anhalt. Wenn du das hier siehst, weißt du auch warum. Das ist von St. Andreasenberg. Die Stoff beschädigt. Stoff beschädigt. So ein Stückchen. Das macht ziemlich schneller. Ja, ich freue mich. Oh, oh. Hey, guck mal, du Engländer, was ist die Farbe? Das ist schon wieder so eine, ne? Die Farbe, so drei, vier Farben. Ja, die sind noch nicht lange. Die haben uns im Messerkatalog gelöst. Dass sie nicht sticken. Was ist das? Ja. 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 Ja, ja. Ja, ja, das ist immer ein bisschen. Was da noch drin ist? Ja, wo noch drin ist, genau. Das kriegst du nicht? Ja. Das ist einmalig, was die jetzt wird. Das ist zum Beispiel, dass das so hart wird. Oder? Da kommt es auch mal nicht mit. Nein. So, was hieß es denn noch? Nein. Da gibt es die Farbe schon wieder. Nein, nein. Das kann ich sehen. Ich glaube, es geht auch nicht. Das sind auch die Farbe. Der Kölz. Die Kölz wird zu groß. Wenn ich den Kölz trage, würde ich nicht? Ich werde mich nicht mehr auf den Kratzer setzen. Ich habe das Gefühl, dass man da ein bestimmtes Farbe wieder an mir sieht. Ich habe die Kölz, die nicht mehr auf den Kölz. Ich habe mich nicht mehr auf den Kölz. Ich habe die Kölz gerät. Wenn ich einen Kölz habe, dann kam das ...